Das war's für heute. Habt ihr sie gesehen? Nein, sorry. Sie ist einzigartig. Bis jetzt hat sie hier ganz allein überlegt. Ihr Name ist Sherry Birkin. Bitte, haltet Ausschau nach ihr. Sherry Birkin? Das ist die Tochter von dem Ungeheuer. Ach, deswegen hat er ja auch nichts getan, da, an der Innenstelle. Er ist seitdem verschwunden, aber er zeigt, weiß seine Tochter etwas. 11 dieser Frauen sind die Fähigkeiten. Sehr aufhörlich. Hier liegen auch noch mal Daten. Er ist Helvetspray, wo? Wo war er? Er ist Helvetspray, hallo? Wo? Ich gebe ihm hier Ers Helvetspray, ah da. Steht's genau davor. Wo, wo? Haben wir noch mal Muni mit? Ja, sieh mal einer an. So, außer dem Erste-Hilfespray habe ich eigentlich alles wieder. Er sieht relativ okay aus. So, dann kommt mal Mädels. Ich bin kein Mädel, ich bin ein Junge. Ich meine ja hier Partie Partie. Und bin stolz drauf. Oh, jetzt kommt hier. Jetzt kommt das ja noch. Scheiße. Warte mal. Ich glaube, ich wirf hier mal ein bisschen härtere Sachen. So, könnte er mal ein bisschen flambieren, ne? Ja, 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 ja. Mal nicht so drängeln, ne? Wir geben ja unser Bestes. Oh, ich würde jetzt immer meine Bomben kann ich hier schmeißen, die ich hier habe. Hier, diese BIP. Genau. Ja, guck mal, wie der da sitzt. Was ist das hier sehen? Ja. Komische Stellung. Ah, da ist noch das Spree. Was mir noch fehlt. Gut. Oh, schon wieder die Spinnviecher. Kommt jetzt nicht der Birky? Ach, ich ne. Aber jede Menge Infizierte. Ja, man kann sich ja Feuer schubsen. Äh, nein. Ja, ja doch. Ja, äh, Dings. Jetzt brennt sie. Ja, aber musste sein. So, Muni. Ähm, was ist hier hinten? Ich geh mal hier gucken. Ja, eine Splittergranate. Datensatz hab ich bekommen. Immerhin. Hier hinten, außer einer Pflanze. Da ist noch ein Datensatz. So. Kirsche, wo bist du? Kirsche. Echt? Das Gold gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Miststück, ja. Ähm. Ja gut. Boah, die kriegt voll irgendwie geklatscht. Wir sollten fliehen. Aber nicht hier dann. Ist das eine falsche? Ja. Die Felser können wir dann anschießen. Ja, ich schieße auf die Felser. Geben wir einen Teuben. Gibt es aber Sherry mitgebracht? Aber die nimmt glaube ich keinen Schaden. Ja, nicht Sherry. Äh, Claire, die nimmt keinen Schaden. Und wieso bleiben unsere KIs da vorne stehen? Damit es umgehauen werden. Ja, können wir mal weiter hinter kommen? Ah, nee. Partygell. Komm hoch. So. Jetzt mal weg hier. Mit dem werden wir uns ja später immer noch befassen. Bitte, finde Sherry. Sieht aber noch gut aus dafür, dass du dich gerade unter so einem Brand gesteckt warst. Haha, ja. Echt. Das strafft die Haut so schön. Ach. Danke, Harlin. Ähm. Ich bin der Sturmsodat. Ich geh vor, sodass klar ist. Habt ihr gehört? Hast du was gehört? Ich hab nichts gehört. Ah, komm. Ach ja, Daten abgeben. Ich hab die Fahre. Hab ich auch gefunden. Ah, ligger. Oh, wieder zurück. Oh, hinter uns. Auch so rote Zombies. Oh, zunge. Da will ich beißen, da will ich beißen, da will ich beißen. Geh weg da von mir. Na komm. Jetzt bin ich tot. Super. Boah, ich bin infiziert. Wie das? Ich bin tot. Gut. Heide ich mal irgendwie. Ja. Ja. Ich habe auf Heiden gerückt, allerdings hat er reagiert. Na gut, war ja erst ab hier. So. Warte mal, hier war da irgendwo drin. Genau. Wieso kommen denn von hinten? Ach, jetzt habe ich ja kein Halsspiel mehr. Und hier liegt bloß Kraut rum. Na ja, müssen wir durch. So. Vielleicht sollten wir... Ja. Die sind jetzt tot, oder was hier? Komm zurück, wenn du willst. Ich bleib hier oben stehen. Sollen die machen. Bin ich ganz dafür, dass die das machen. Boah, hier sind die auch noch oben Legas. Was? Ich bin ja auch in der falschen Richtung gewandt. Hilfe, Licka, hat mich... ... angefasst. Hey, lass mich hoch. Ich bin tot. Licka, ganz hinten im Raum. Hab's gesehen. Ja, tschüssi. Was sollen die machen? Was sollen die machen? Ach, bis hier hoch kommen die gar nicht mehr? Nee. Aber die werden gleich kommen. Die Harley verordnen sich. Oh oh, jetzt rennst schnell in den großen Raum zurück. Boah, ich blute. Bin infiziert. Super, da, super, da, super, da, super. I'm infected. Ich muss jetzt mal echt Hilfe gebrauchen hier. Ja. Kannst du die wiederbeleben? Ja, kann ich. Aber ich muss ja dich wiederbeleben, damit du mich wiederbeleben kannst. Weil ich bin ja noch reinfiziert. Musst du runter. Ja. Ich lieg aber, wenn du runterkommst, rechts in den Raum. Ja, Hilfe, da sind wir dicker. Einfach vorbei rennen. Jetzt rechts. in den Raum, da in der Ecke. Schon gleich eng bei mir. Ah ja. Soll ich die hier schießen? Ja, mach's. Komm. Na, 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 hier wird sie nicht. Na. Danke. Na. Ich hab dich hier ehrlich gehalten. Ja, ja. Danke. Ja, ne Zunge. Lika, Lika. Hali identifiziert. Ich bring mal um. Okay, können wir die Animation holen dann mal schnell. Ja, ich auch. Obwohl Heilung bräuchte ich zwar auch, aber ich glaube jetzt, es kommen nicht mehr allzu viele, außer dann nach hierhin. Also da kriegen wir ja wieder Heilung. Hm. Also, Digga, dürfte eigentlich nicht mehr so viele da sein, wenn noch welche da sind. Das waren ganz schön viele. Guck mal. Oh ja, da sitzt sie, da zurück. Da ist gerade einer. Ist da nur einer? Ja, 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 der hat so mich ja bis hier und ich bin vielleicht tot. Noch einer. Alter. So, Antivirus habe ich schon mal, nur mit Anwendung sitzt. Ja, bei mir auch. Kann mich der Dicke hier nicht heilen? Der hat doch mal so viele. Ja, hat er. Ich bin im roten Bereich. Ich auch. Ah, leh, los. Hat wohl keins. Abgehens. Ja, bevor er anfängt zu heulen, geht man wieder weiter. Oh, da müssen wir nicht sein. Hier müssen wir lang. Ah, jetzt sind wir bei Sherry. Ach, jetzt kommt das. Ah, hier oben liegt aber, glaube ich, genug Zeug. Weine nicht, wenn der... Ne? Wer ist da oben? Dam, dam. Hallo, Kleines. Bist du okay? Hallo, lass dich schrössen. Ach, jetzt ist der Talige heilig. Ja. So, dann jetzt. So, wir brauchen erstmal hier... ...Gingspum. So. Warum sprichst du mit ihr und nicht ich? Ja, weil ich nett bin. Mir geht's gut. Geh. Geh noch. Er darf nicht zu Sherry. Wer denn? Ich seh keinen Täter da. Oh, scheiße, ich hab eine. Ich bin im Mittelweg. Ich hab mal... ... am besten... ... und Drows mal in die Hand. Ich mach mal Licht hier. Ach, da hinten. Mir geht's gut. Lauf, Sherry, lauf. Lauf, Sherry, lauf. Lauf. Gibt's hier nicht irgendwo... ... Heilung, gab's hier nicht. Ich weiß noch, was uns hier noch erwartet ist. Diese komischen Hunter da. Oh, ja. Die Hände. Da unten liegt Kraut. Ich weiß noch, hier unten liegt Kraut. Wir könnten das beide gebrauchen, aber wir kriegen es nicht. Wenn ich daran denke, dass gleich die Hunter kommen. Sorry, keine. So. Hier müsste es aber eigentlich nur mal was geben, oder so? Nur Munition. Hallo? Dann werde ich mehr geben hier als Munition. Wie viel Fackel hast du, Auto? Ich hab nur neun Stärke, also voll. So. Okay, nehm ich die. Hier Munition noch. So, jetzt hier den Schalter. Nicht so. Hör mal auf. So. Ja, die Virusprayer haben wir hier bei uns. Ist auch ein Mo bei mir. Hm. Hier geht's gut. Hier schafft. Ich suche etwas. Hier geht's. Ja, volle Konzentration. Dass er nicht vernascht wird. Laufe, laufe. Kommen noch welche? Sieht aus wie ein Sickerschaft. Daddy! Mit dem Hebel können wir die Plattformen steuern. Damit holen wir sie hoch. Ja komm. Ja, mach schon. Kannst auch so. Äh, so. Hier noch ein Fall. Da unten liegen ja das Hilferspray. Das sollten wir uns holen. Das ist Schöne auf mich. Bistります. Bist auft, Schöne auf. Man scht, Schöne auf. Vielen Dank. Ja. Jeremy. Komm, lauf hier hin. Mein Gott. Hier habe ich Licht. Die tut so schön Hilfe, weißt du? Ah, hier ist noch etwas. Was? Eine Kassette. Eine Audio-Kassette. Ah ja, sie habe ich schon auch genommen. Ich habe nichts gesehen. Ja, weil sie es schon auch genommen hatte. Ja, okay. Ah, wir sind die... Ich habe nichts gesehen. Ne, nur du erst erst mal, oder? Weil du bist ja erst so eingesteuert als ich. So, okay. Ne, ist das dann für mich, okay? Ah ja, Anti, wie habe ich? Habe ich was abzugeben? Ja, 100. Ich habe 200 abgeben, cool. Ich gehe erst mal da unten hinein, ich... Wo unten? Da müssen wir ja hin. Oh nein, der ist schon da. Oh nein, der ist schon da. Der Bunte. Ja, Harley, geh mal runter da. Na, dieser Hunter ist... Kein normaler Hunter, sondern der ist ein modifizierter Hunter, der stärker ist als die normalen anderen Hunter. Der ist auf mich abgesehen. Und? Ja, der geht immer auf den... von dem wir... die meiste Gegenwehr... erwartet. Jetzt ist er schon wieder bei mir. Gehen sie doch mal weg. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Jetzt regt er richtig an in die Fresse mit dem Hammer. Ich schieße mit dem schweren MG, wenn er mal nicht so zappeln würde. Aber okay. Aber Glücklichkeit, oder was... So. Auch nicht stillhalten. Jetzt kommen seine Freunde, die nicht... die... ja... die aber trotzdem nicht weniger gefährlich sind. Obwohl sie eigentlich nicht, äh... sind ja nur die Vorstufe. Ein Hunter halt. Ganz normaler Hunter. Wie sie auch, äh... Weltfrau eingesetzt hat in Terra Grigia. Das war jetzt Verweis auf Resident Evil Revelations. Sollte sich da mal zu einem Display ansehen. Ich bin fast tot. Und ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Weil man... Das ist ungefähr die Vorgeschichte zu dem, was Resident Evil 5, der ersten DLC passiert ist. Oh Gott. Langt der mir hinter mir laufen. Wie am Kreuz. So. So. Ist der andere oder hinten bei Harley? Hauen wir sofort wieder zurück. Tja. Und jetzt ist der andere. Ich weiß gar nicht. Ich glaub den 1. haben wir doch getötet eigentlich. Milizgewehr. Nimm, 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 nimm. Komm, nimm. Nimm das Milizgewehr. Geh nochmal weg. Geh weiter hier im Hintergrund. Auf die Schuppen vom Horn anzuschießen ist unüblich. Man sollte lieber versuchen auf die Vorne, also auf die Brust oder das Kopf zu fallern. Weil... Äh... Der hat gepanntert ist ja... Der Hunter nummerweise. Jetzt ist er überhin. Und ich bin fast tot. Harley, Harley, komm. Komm Harley, wir waren immer Freunde. Wir waren immer Freunde. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. So, wir gucken mal hier ein bisschen, ob... Hier finden wir bestimmt noch irgendwo Heilung und so. War hier nicht noch irgendwo... Irgendwo... Ein kleines Spraychen. Ich hab mir eben ne Spray genommen, also... Was muss so sein? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Antivirus spraytet hier viel. Kann ich auch nicht sendern. So sollen den... So sollen den nicht so stark wie Schäfer sein, also... Hilf mir! Dann ist es okay. Ich bin nicht. Ich werde es machen. Ich weiß, was das ist. Du weißt das? Aber du bist nicht neun Jahre alt, Sherry. Du bist irgendwie 16 oder 17. Ach, die war da hinten. Die war da hinten. Die war da hinten hinten. Meint er, ja. Kenn den Weg auch nicht. Woher hast du die Karte? Das hab ich von meiner Mama. Von meiner Mama. Wo ist dein Papa? Weiß nicht. Wenn du das Video gut findest, gib einen Daumen hoch oder hinterlasse einen positiven Kommentar. Viel Spaß mit diesem, und anderen Videos wünscht dir die TTC.